Die ganze Zeit passt so hoch und dann passt so hoch und geht so zusammen. Hä? Es ist was groß. Das Wasser läuft noch. Der ist nach oben gefahren. Da wo die wieder zurück gehen. Sind das auch Polizisten? Komisch, die sehen irgendwie anders aus. Haben sie voll angemacht. Was hat die denn gemacht? Wer? Ein Fahrrad soll übergefahren, oder was? Das ist was. Ich hoffe, er hat auch übergefahren mit Fahrrädern. Die haben gestoßen. Die sind ja drauf. Ich will kein Polizisten sein, weil ich gar nicht Steine am Rappen kriegen will. Also, dass die Frau Kostmann fragt, ballern die da auch? Reite schon, wenn du den Steine am Kopf kriegst, hat sie gesagt.